Das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Den hat er klasse, jetzt unsere Ecke versehen, Puschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Super Pass! Erzieher, Licht drin, klasse vom Torwart. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da ist die Flanke. Junge Mann, das ist knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen, da hinten. Da waren sie doch. Und jetzt der Schuss. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. ... 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 Jetzt kommt der Schluss. Ist das schon ein Siegter geworden? Na viel Zeit ist es nicht mehr. Was für eine dramatische Schlussphase.